Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Ares. Ich habe bemerkt, wir sind alle Level 21. Und was ich auch bemerkt habe, dieses Spiel geht irgendwie viel schwieriger von der Hand, was Aufnahmen angeht. The Witcher 3 geht besser von der Hand, ist aber auch nicht so gut darin. Am schnellsten geht aktuell Danganronpa, aber gut, es speichert schnell, ja, aber das meine ich nicht. Ich meine, wenn ich die jeweiligen Spiele aufnehme, dann kommt es mir so vor, als ob die Zeit zu schnell vergeht. Aber hier, wenn ich das aufnehme, dann kommt es mir so vor, als ob die Zeit echt langsam ist. Naja, vielleicht ändert sich das irgendwann. Ah, diese schwarze Katze. Ich habe vergessen zu speichern, scheiße. Also, es gibt wirklich eine Untergrund von der Hand hier. Sag mir, wo ist die Medikation? Es ist nicht hier. In der Fall, es gab es noch nie in der ersten Zeit. Aber ich habe gesehen, die Leute hier mit meinen eigenen Augen gebracht. Wo können sie alle aufhören? Die Antwort ist direkt in front von dir. Du musst nur öffnen deine Augen. Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du zu sagen, dass sie alle aufhören in dieser Läcke? Nein. Sie sind nur das, was du sehenst vor dir. Was? 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 Schatz. Was? Was ist mit deinem Hand? Und was ist dieses Hallowehen, das du sprachst? Das ist das, was ich wollte dir zeigen, mein Herr. Als eine Lebensformelung von seiner Astral-Energie ist, seine physische Form komplett zerreste, eine Todesmacht, die kein physisches Remain ist. Alles, was bleibt, ist eine reflektive Substanz. Die einzige Probe, dass die Matter einmal existierte. Das Hallowehen ist die Substanz, die diese Läge befindet. Diese ganze Läge? Wie viele Leute? Wie viele Danans? Du wirst mich wirklich glauben? Dass ein Astral-Arts-Illiterate Danan wissen würde von dieser Unschuldung? Und dass ich, ein Rennon-Lord, keine Ahnung hätte? Ich habe... ...eine letzte Beispiele, Lord Doha-Lin. Das ist ein Frucht von Helgen. Das ist das alles. Was machst du, Michael? Das ist das... Das ist deinem Spruch, mein Herr. Ein Spruch von den Flächen ihres Wissen. Ein Spruch von vielen ganzen Däneln an den Zern, unter deinem Körper. Nein, sie waren nicht nur die Todes. Diese Dämonen wurden komplett verabschiedet. Und jetzt, der einzige Testament ist, ist das Läge des Halloween. Niko! Niko! Niemand von dir ist hinter dem alles. Diese Person ist... ...vermütlich viel Energie der Astral-Energie. Du musst sie verraten. Du bist der einzige, der kann die Menensee auswählen, nach dem Leben in der Hölle, die es früher war. Ich danke dir für die Zukunft der Utopie, die du hast gegründet. Bitte. Bitte. Hör sie nicht. Geh es nicht. Geh es nicht. Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich... Niko! 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 Entschuldigung, Kisar. Entschuldigung. Es war der einzige Weg. Ich konnte seine Augen öffnen. Ich habe nicht viel Zeit leften. Ich habe nicht viel Zeit leften. Bitte. Bitte. Nein, Herr Lord Doheli. Ich habe nicht viel Zeit leften. Ich habe nicht viel Zeit leften. Ich habe nicht viel Zeit, ich habe mehr Geist gemacht. Ich habe eine Halle leben. Miko? Ich habe mir gesagt, ich habe nicht gehört. Ich habe keine Angst. Ich habe mich however, weil ich sein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, what the fuck, es regnet Steine. Ich kann nicht ausweichen. Shion ist fast tot. Ich auch gleich. Oh Gott. Shion ist fast tot. Ich bin fast tot. Und ich habe keine Heilung. Na ganz toll. Ich wollte eigentlich zuvor speichern noch. Mach was. Achso, es geht nicht. Warum auch immer. Oh. Ich glaube nicht, dass Dohalim wirklich böser ist. Er dreht einfach nur komplett durch. Ey. Kisara ist tot. Das ist super. Da liegt das Schild. Okay, Law ist auch fast. Nur ein Drang des Lebens. Verdammt. Ich bin echt schlecht ausgerüstet hier. Oh gut. Kisara wurde wiederbelebt. Wow, den besiege ich ja nie. Los, Law, mach ihn mal. Mach ihn. Beine. Aua. Hau drauf. Oh. In den Rücken geboxt. Oh. Oh, der Typ. Den kriege ich nie tot. Oh, verdammt. Ach, verdammt. Ah, ich hab mich extra weggerollt vorhin. Oh, verdammt. Ja. Danke. Nein. Super. Er hat einsetzen können. Oh, den besiege ich ja nie. Vor allem, wenn er sein Stöckchen da schmeißt. Ich wollte mich eigentlich rollen. Nein. Falsche Richtung. Ich will weg hier. Ja. Nein. Ausgewicht. Oh. Ich hab zu spät gedrückt. Könntest du mich wiederbeleben? Ich glaub nie. Oh, oh, Law ist auch weg. Hm. Könntest du mich wiederbeleben? Danke. Ah, der hält so viel aus. Oh nein, er dreht durch. Ausweiche. Wow, geboxt. Das war gut. Schnell, alle drauf. Draufhauen alle. Oh, oh. Ich hab ihn nicht mal die Hälfte abgezogen. Ja, super. Ah. Oh, ausgewicht. So, jetzt Schluss. Schnell. Ja. Nein. Ah, ich wollte wegrollen. Du mit deinem Stöckchen. Aua. Oh nein, du machst wieder den Übermove. Oh. Kisara hat eingesteckt. Was? Halt ihn auf, Kisara. Ach so, nur mit zwei HP. Ja, gut. Da ist logisch, dass ich nicht wiederbelebt werden kann. Beleb mich wieder. Schion. Danke. Hat's gezählt? Nee. Weil ich es eingesetzt habe. Deswegen bin ich nicht wiederbelebt worden. Oh nein. Schion, du solltest jetzt endlich mal mich wiederbeleben. Ähm. Geht nicht. Scheiße. Ja, dann ist CC vorbei. Oh, nö. Toll, Kisara ist tot und ich kann nichts tun. Ich kann nichts mehr tun. Aua, aua, aua. No. Knallen ab. Aha. Nur, weil ich zu wenig von allem habe. Die Frage ist. Geht das? Ach, ich habe mich weggerollt. Gut. Es geht also tatsächlich. Aua. Oh, lass mich in Ruhe. Aber gut. Er hat schon eingesteckt. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Hau ab. Oh nein, 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 nein. Oh. Er hat mich gekillt. Verdammt. Pfirsich. Äh, KP. Bringt nix. Verdammt. Ja, das war's. Jetzt kann ich nur mehr zugucken, wie wir drauf gehen. Hätte ich das gewusst, hätte ich viel mehr Zeug angesammelt, aber nö. Beziehungsweise Zeug gekauft. Das Blöde ist, ich habe nicht gespeichert. Jetzt starte ich bestimmt sonst wo. Ich glaube zwar nicht, dass ich es noch schaffe, aber... Ja, jetzt ist nur mehr Rinwell übrig. Ja, das war's. Warum trifft er sie nicht? Ich warte eigentlich nur drauf, bis Rinwell endlich besiegt wird. Aber vorsichtig kann er sie nicht mal besiegen. Ich gucke einfach zu. Ja, hier, sowas mache ich ein bisschen, aber es bringt gar nix. Winnwell macht nicht mal Schaden. Richtig. Endlich hat er sie getroffen. Ja, danke. Hä? Achso. Moment. Ausrüstung. Imperialer Schild, ich kann dir ein anderes Schild geben. Licht und Dunkel. Maximale KP 15%. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Schwarzen Onyx habe ich auch. Keine Ahnung, was Durchdringung ist. Mehr Angriff. Mehr Resistenz. Fast 2100. BA Aufladung plus 4. Keine Ahnung, was das ist. Oh. Shion hat's. Das könnte dir Resistenzen geben, oder? Dass du mehr Lebenskraft hast. Achso, Moment. Das trägt Affen und das trägt Rinwell. So. Mehr Angriff. Dann muss ich dir auch irgendwas geben. Licht und Dunkel. Durchdringung. So. Vielleicht noch ein paar Fertigkeiten. Weil Schaden in der Luft bringt gar nichts. Ist nix. So wüstung. Kritischen Schaden. Ja. 1150. Genau ein Punkt. Das Limit bei einem normalen Angreif. Hm. Ich meine Assistenzen. Körperliche Leiden. mit Spezial Munition. Lunar Stoß. Körperliches Leiden. Total. Hm. Schaden in der Luft. Gegenanierstreckung. Heilende Kreiswert. Busterzeige. Überlimit Verlängerung. Ja. Sie setzt aber das Überlimit nie ein. Lunar Korruption. Ja komm. So. 2000. Hier kann ich Sachen beibringen. Perfekt im Ausweichen. Ja. Du weißt aber nie aus. Gegenangriff. Nach Siegen. Genesung. Was ist BA. Was ist BA? Ja. Achso. Boost Anzeige. Sieg. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Sichel Mond. Ich glaube, es gibt mit den Schildern ein Loch in dem Boden und trifft einen weiten Bereich. Stärker, wenn er während der Abwehr aktiviert wird. Ja, von mir aus. Einfach das Überlimit. Abwehrmobilität. Ich während der Abwehr zu bewegen. Abwehr-Effekt. Erhält der Abwehr-Effekt. Was hat das da? Was hat Lore? Erhält Angriffsstärke bei Erwachen. Während Erwachen aktiv ist. Ausweich-Entfernung. Was war dann da? Renewal wollte ich noch nicht. Ausbruchbar, wach, Adlersturz. So, und dir noch was. Genesung, Wachsamkeit. Das Verbündet ist ja eine bestimmte Zahl 30% erhöht. Ja. Konzentration. Das Durchdringen. Heißt das Durchdringen durch die Verteidigung durchdringen? Steckte Magieaufladung. Da kommt das. Schaden bei Schwachpunkten. So, ich glaub das sollte passen. Das Problem ist nur, ich hab kaum Heilung. Zwei Apfelstilis, das ist erschreckend wenig. Jetzt muss ich's echt so schaffen. Ah, jetzt. Keine Ahnung, warum's manchmal nicht geht. Oh oh. Das Problem ist, ich kann auch nicht zurückgehen. Also, ich kann auch nicht Speicherstand laden, weil ich noch nicht gespeichert hab. Wo ist er denn da? Er macht was. Er schmeißt sein Stecken. Hau drauf! Hat das was gebracht? So, weg! Ah! 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 Natürlich geht er auf mich los. Äh, Shion, du könntest mich heilen. Äh, körperliche Leiden, KP. Magnusstrahl. Dunkelheit Schissgiftige Wasserblasen, die den Gegner vergiften können Ja gut, dann mache ich es so Und teile mich damit Gift Ja No Oh, ich muss ihn geben Nicht auf mich Lass mich ja in Ruhe Ah, natürlich Nein Das war dumm Ausgewichen, du loser Ah No ist tot, ich bin es auch fast Set sein Jetzt endlich Wir auf zweitesten noch drücken Oh Super Wen heilst denn jetzt mich? wow schön dass sein move trotzdem durchkommt oh nein shit super das ist ja unfair schön dass du es erst jetzt machst danke ich renne natürlich hin was mache ich denn da für ein blödsinn nicht auf mich den stecken jetzt ist dass ich wieder zeit immer wenn das so ein bisschen ist dann kann man ihn gut angreifen kisara wehr ihn ab draufhauen was macht er jetzt wieder mit seinem stecken ich halte mich da lieber zurück ja jetzt naja steht immer noch ich kann ihn nicht aufhalten verdammt ja toll mein move ist gestoppt worden nein halt ihn auf na toll der schlag ging daneben natürlich auf mich ist klar ist nicht so dass du auf irgendjemand anders los gehst shion du könntest mich auch heilen wobei es gibt nicht mehr oh moment ich brauche das schmankerl so gut so jetzt nochmal orange gelee gut mit kaum heilung gegen den oh oh hau ab bleib mir ja vom leibe shion ist tot ja ganz toll habe ich genau oh nein law gut geboxt law wer ist denn jetzt geheilt worden so nur zur sicherheit mach heilen jetzt ich für einen herr nein sein stecken move schon wieder hallo law gibs ihm ja oh oh ich halte mich wieder zurück er hat mich gestreift gut abgewährt ich brauche heilung aber dings kann mich nicht mehr heilen shion oh ja kisara braucht auch heilung sie kriegt das apfelgelee was ist das natürlich geht die nuss auf mich los da da oh oh shit nein hat das was gebracht ja alle draufhauen oh nein natürlich geht der wieder auf mich los mit längerer part sorry oh wir werden einheizen oh oh bleibt mir ja vom hals oh ja der move hat gesessen nein halt ihn auf scheiße gut was bleibt mir anderes übrig mir bleibt gerade nichts anderes übrig ich muss jetzt als winwell kämpfen ja schön dass mein move toll ich muss ausgerechnet als winwell kämpfen oh nein law und ich sind die letzten ja nicht schon wieder scheiß felsen haut ab oh überlimit auch noch jetzt spammt das auch noch und ich weiß nicht wie man mit winwell anständig kämpft ich sollte law heilen scheiße ah nein ah ah los ah schon wieder ich glaube jetzt dreht er richtig durch weil er weil er nur mehr seinen mega move spammt ah schon wieder überlimit irgendwie irgendwie mache ich ihm keinen schaden mehr das heißt ich muss mich auf law verlassen dass er ihn platt macht er macht es schon wieder ja 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 er spammt seine mystische art ja mit dem spread kann ich ihm tatsächlich ein bisschen schaden zufügen oh law ist im eimer komm winwell law muss ihm doch nur mehr in den hintern treten gib's ihm komm schon ein schaden so das war's längerer part aber was soll's das war's du all right was that just now understand this is a lot for you to take in but megal trusted you impossible i have no such power truth be told i never wanted this i never wanted to be a lord however competing for a position in the crown contest was required of me and in the process i took the life of a dear friend the life i took and the bloodshed the hatred that had earned me it was far more than i could ever bear for the screams and tears of the slaves it would reawaken my memories of that day the memories of my friend's scream and the tears of the one who mourned him i couldn't take it any longer i didn't want to remember so that's it that's the real reason you freed the danins just so you wouldn't have to listen to their screams wait so everything you've done precisely it was simply to distance myself from all the pain and death all from my own selfish ends and if it made everyone happy in the process then that was just an added benefit or perhaps i truly did believe in those ideals at one point but living up to them was never my aim impossible your dream of coexistence the ideals that you always champion so you're saying that everything you stood for you're saying it was all just a self-obsessed lie tell me it isn't true lord darling because because my brother my brother believed in you in your dream forgive me so this this is who you really are stop let go let me go let me go it's enough kisara stop i'll tear him apart i swear i'll i'll are you trying to ignore your brother's dying wish he entrusted you with his dream just kill me i'm nothing i am but a shell of a man now i'm just a pitiful coward who shrank from his duties i would only ask that you make it quick this man this is the person my brother died for and for what for what i need you to get out of my sight right now go before i change my mind i need you to be to be Are you feeling any better? Yeah, a little. Thanks. What are we gonna do now? I still have unfinished business with Dohalim. He's a world away from the Lord Balsef was. There's no need for us to fight him, Xi'an. In case you've forgotten, I don't- Guys! Guys! I think something's going on outside! Kisara! There you are! What's happening? Kelvilich has started an insurrection. He's driving all of the Danans out of the palace! What? Has he lost his mind? What about Lord Dohalim? We don't know where he is, Captain. We thought... we thought maybe you would. No, I don't. I haven't seen him since we were inside the quarry. Damn. Well, either way, I wouldn't go near the palace. Any suspected Renan sympathizers are being arrested on sight. This whole thing is a powder keg about to explode! Best prepare for the worst! I guess not all of the Renans here like the idea of coexisting with the Danans after all. So this is it. This is the real Menensea. Are you giving up? On what? This realm is already finished. It perished along with my brother's dream. That's a shame. And I guess all the people who believed in that dream are on their own out there, aren't they? Not all of the Renans sided with Kelzalik. There's still hope, Kisara. Your brother's dream is only dead when there's nobody left who believes in it. Am I wrong? There's still hope, Kisara. You're right. I'm going to the palace. I need to see what's happening there with my own eyes. What are you all doing? Will things be okay in the city? I can... 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 You'll have to stop, sir Kelzalik. Don't you think it's about time you're going to drop you sir? Er hat immer uns, Dannins, mit so einer Wärmung und Kindheit gehalten. Hat er so schlechte Intentionen immer so lange? Ich... Ich kann mich einfach nicht so glauben. Geben Sie die Intentionen. Wir sollten uns sagen, er ist derjenige, der hinter all diese Situation ist. Es ist mir nicht verrückt, dass es Rennins in Menensea gibt, die Dohalim ausdrücklich sind. Ich habe nicht erwartet, dass einer so nahe zu ihm sein würde. Ja, ich glaube, dass du richtig bist. Ich glaube, dass alle von uns hier in Menensea noch ein bisschen weg sind, dass wir ein wirkliches Räumen, nicht wahr? Willst du dich okay sein, Kisaran? Ich weiß nicht, aber ich definitiv nicht möchte, dass Dinge so enden. Bitte, mir deine Kraft. Natürlich. Jeder, der versucht, die anderen zu retten, ist unser Gegenstand. Und wir sind glücklich gegen sie. Besonders, ich will glauben, dass dieses Räumen auch besser machen kann. Ja, dadurch, dass ich jetzt quasi mit keinerlei oder mit fast keiner Heilung gegen Dohalim kämpfen musste, war ich eigentlich dazu gezwungen, ein bisschen herauszufinden, wie das mit dem Kampfsystem und so weiter hier mit den weiteren Figuren geht. Und ja, ich kann meine Figuren im Kampf austauschen, wenn sie besiegt werden. Das ist eine Erkenntnis, die werde ich auf jeden Fall noch nutzen. Jedenfalls, das war Tales of Ares. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.